so die lösung hier nämlich noch schnell mit und das habe ich noch mal angucken der steht da hinten und da gehen wir noch mal gucken ob ich dings leveln kann jetzt mal wieder meine fangen geschicklichkeit oder whatever so landen bitte danke das war ja mal wieder grandios grandios so was haben wir hier wieder so eins der komischen zeichen orden ding an keine ahnung praxisteam hört sich nicht so gut an diese immer diese praktikanten ist es ist ja unnormal naja ach ja leute ach ja freunde ich weiß es nicht weiß nicht was ich gerade sagen soll ich sprachlos ich glaube das lied ist nicht gut für die folge ich hoffe ich lasse das jetzt an was heißt ich hoffe ich sind das hier oben warte mal was ist das was bringt mir das immer nur 50 schaden sie aus wie erz aber blau lol rein quatsch ok nice was bringt mir das hier was brauche ich rein quatsch ich meine nice to have so ne aber für was brauche ich das so danke so für was brauche ich dass ich will diese frage beantwortet haben so dann ab zurück zum lager und dann gehen wir mal gucken dass wir jetzt die letzten 30 minuten ich jetzt noch spiele tatsächlich du machst wieder strom oder überladest doch nicht so wir hatten noch irgendwo in ofen hier wie kann man das machen wo kann ich das rein quatsch rein machen hier und munition bräuchten wir mal wieder eine munition haben auch nur noch ja wenig genau alles voll das ist ja unglaublich war da mal das sei das reichen dass wir schon angucken da hinten was haben wir raus bekommen ein reptilio das blut von adern und palen heißen rin aber übergieß mit nein sehr cool denn das nächste rein ich sollte mir solche dinge bauen wie teuer sind die denn ich habe keinen stein mehr woher kann das wohl kommen man kann das wohl kommen aber ein bisschen abkommen schaffst du schon aber selbst dann reicht das nicht stoff bräuchte auch wieder das heißt plötzlich paar schafe dahin setzen alles ein bisschen doof jo wie viele münzen kampfmusik warum warum kampfmusik keine ahnung ich erst mal schlafen so leider böllert mir die ein bisschen leiser machen die musik wird er gerade halb überfall bruderschaft extremisten wo sind die denn da unten was seid ihr denn habt ihr flammenwerfer was seid ihr denn ähm paul sie haben ein problem können wir bitte zum angriff rüber gehen äh leute paul's freunde bekannte ich baue mal ganz kurz ne wie viel zum angriff los geht zum angriff rüber los ich glaube die wissen gar nicht was wir machen sollen ich brauche mal ganz kurz fertig ich glaube ich habe ein bisschen wir haben ein paar probleme die wissen gar nicht was wir machen sollen ich habe auch andere probleme ich lass mal kurz fertig bauen wartet mal ähm muss ich das jetzt alleine regeln so mal zu nebenbei die machen das ist hier kaputt ne jetzt abhauen wir die kleinen tuschis oder wat kommt mal wieder her und mal wieder her du komm her und stirb wie ein mann oder frau oder eva überfalle zu beiden erinnern ich ganz noch nicht ganz hier haben keine ahnung wie sie reagieren sollen jetzt ist er tot jetzt ist er tot aha ihr habt mir also ein bisschen was gebracht cool freundlich danke außer dass ich fast meine mauern kaputt gemacht habe und die pols einfach nicht interessiert hatte ihr zu hause zu verteidigen die will sich alle rausschmerzen alle mit dem schlachtmesser abschlachten weißt du nein ich war ein bisschen okay so warte mal das ist 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 alles voll jude hier ist schon wieder nein warte mal du kommst her hier ist schon wieder alles voll so eklig so so einmal sortieren dann sehe ich hier ein bisschen besser durch danke so so einmal wieder sortieren dankeschön 5000 münzen haben wir auch schon wieder wo sind die hin ach so da wie kann man die ganzen münzen eigentlich zusammen nehmen oder ja komm mal 10.000 12 wir haben die überall irgendwelchen kisten verteilt hier tatsächlich 410 da war noch was na gut die 20 naja was haben das haben wir die draußen müssen halt auch noch irgendwo münzen sein oder den wow ja 22.000 36.000 36.000 münzen andere sind millionäre ich bin ein armer schlucker und noch mal noch mal 40.000 münzen haben wir hier tatsächlich drin erfreulich also ja was fehlt mir schießpulver schießpulver kann ich doch hier kraften schießpulver braucht ich schwefel woher bekomme ich schwefel schwefel brauche ich so unbedingt und dringend dringend so aber wir wollten uns jetzt die letzten halt 30 minuten auf dem boss konzentrieren habe ich gesagt also tuneln wir das auch so du 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 ich die letzten 30 minuten wollten uns tatsächlich noch auf dem boss konzentrieren oder ein paar bosse wie sieht es denn aus mit der essens verwaltung 287 hatte mal mehr da drin naja gut aber ich würde mal ganz kurz noch schon mal eine 5-minütige pause machen also es geht gleich weiter mit pall wird und dann machen wir noch zwei drei bosse je nachdem was wir wie viele wir schaffen also wir würden den anfangen mit dem hier denn würde ich weiter gehen zu ihm vielleicht die nein kann man löschen den den und den definitiv nicht das ist und den vielleicht die drei probieren war den den und univolt hier unten das klingt nach dem plan ich hoffe das schaffen wir so aber erstmal müssen wir noch rüstung reparieren bevor wir hingehen unsere rüstung sieht auch immer so lila aus ist das normal soll das so äh da war die rüstung repairbank oh da fehlt ein bisschen was ich glaube metallbahn nein metallbahn okay ich muss mal ganz kurz bevor ich gleich kurz auf kg lasse ich dann mal schnell gehe ich nochmal schnell äh äh nach der eisenfarm gucken das ist mir grad lieber ihr seid echt so nix zu gebrauchen ne ohne witz kommt sie durch das machen wir jetzt noch ganz schnell dann mach ich mal zufällige pause und dann würde ich ja ja komm zieh mal schnell durch bitte danke okay so ihr seid hier hinten what the hell was war das ich hab grad voll erschrocken also er ist stärker als 5 weitere er alleine stärker als 5 weitere stabil ich kann denn schon mal einsammeln gehen 622 super packen wir mal kurz was weg in die kiste 235 ja nice joo wie viel hier rumliegt haben wir jetzt alles ne guck mal dahin ist noch was dann mach das noch 297 das ist ordentlich also jetzt bekommen wir jetzt haben wir mehr also wenn wir selber hier sind hier was machen haben wir mehr raus als wenn die wenn wir auf K hier stehen das finde ich leider schade naja egal 320 Eisen super sind aber wieder bei 3000 also zum Glück habe ich mir einen Ofen gebaut wie in meiner Dings jetzt let's go so zurück da ist nämlich der Ofen den habe ich jetzt extra hier hin platziert damit ich nicht mehr so weit laufen muss gut ich lass kurz durchbrennen bin in der Zeit mal ganz kurz AFK also bis gleich so 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 da sind wir wieder hi so wir haben das jetzt hier durch wir wollten das nochmal machen ach so Sachen reparieren unser Equipment ein bisschen äh heile machen das wollten wir dafür ist aber noch ein Stoff dann machen wir das nochmal eben können wir noch einen joo haben wir das bitte einmal heile danke denn die Waffe brauchen wir noch Fasern holen wir doch mal eben ist ja nicht so wild ist ja gleich hier unten Bäume ein bisschen kloppen pass äh Stück ne ja machen wir das mal eben und dann machen wir noch schnell drei Bosse je nachdem ob wir sie schaffen oh fuck das ist nicht gut aber Holz entsorgen wir mal brauchen wir grad nicht wir brauchen nur die Fasern ehrlich gesagt nur die Fasern haben wir schon ok haben wir ähm zack und zack und hoch hier komm zieh durch danke dann haben wir das und können die Waffe mal wieder reparieren nach einer ganz langen Weile so Repair 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 und Repair und Repair ist ja gar nicht so teuer zum Repairn ok nice so kloppen wir die erstmal da hinten rein dann haben wir da wieder was so dann probieren wir jetzt erstmal die Bosse dazu würde ich aber nicht ihn mitnehmen wollen sondern wir nehmen mal ihn mit mal gucken was er kann Team du bist halt kein Schatten du bist Elektro ne nice Drachengeborener was heißt denn ah Drachen angegriffen 10% nice da steht es jetzt doch dran dann haben sie das gepatcht nice what Essensmenge ja stabil wow das ist ja echt wow gut egal wir wollen zu ihnen ne ihn würde ich jetzt ganz gerne probieren und fangen ah wait nochmal ne ne ich muss nochmal ganz kurz zurück wait ich muss nochmal ganz kurz zurück wo ist mein zuhause da unten ich habe ein energy vergessen verdammt muss ich nochmal kurz weg 27 uh hier machen wir nur 20 so jetzt haben wir wieder ein bisschen was ähm 23 Stück ja nice das passt lang oh mein Gott so langsam baut sich das wieder auf also was heißt baut sich auf so langsam äh kommen wir doch äh in Midgame sind wir schon in Sladegame den den und den da unten wollten wir probieren stimmt wir kommen gut voran wir kommen wirklich sehr sehr gut voran ähm ach da drüben warte mal dich haben wir auch noch nicht oder hab ich noch nicht ne warte mal jetzt zieht ja ultra viel wait wait nee den wollte ich verwenden jo ok 77 alles klar let's go was das ging nicht o n ну eh 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 erfordert man sie dabei ein kleiner und das ist der nächste problem wir haben denn wir ja eigentlich hast fast schon wieder ein level ab ich habe was zum essen mit ja denn sie wäre schon da fast ein level ab nice sphäre der kühnheit wollen wir wollen wir wollen natürlich wollen wir rein da was bist du denn erstmal dies und wir wechseln einmal kurz hier hin ich weiß nicht wie stark ist das ist mein problem h zumindest eine band aber ich habe hier aufgepasst ich hasse mich wir sind ab und zu mal gelegentlich durch wechseln weil er schon totes bist du ich für eine fette kakalake voll daneben feuer ich nicht jungen regst du ich versuche halt immer hinter den wänden zu stehen so dass ich einfach ausweichen kann prozent wir können es einmal probieren oh falsche dings drei prozent warte mal kurz nachwarten einmal wo soll ich denken schädel den ich ich sehe sein schädel nicht das ist doof diese dieses fette ding ach komm was hast du probieren jetzt einmal let's go fünf prozent let's go boah digga also langsam macht mein feuerpol kein schaden mehr das ist ein bisschen schade ich brauche langsam mal eine bessere waffe vermutlich bleib ja wo hinten stehen du sonst mir doch egal was du da machst ja let's go come on wenn ich muss doch noch mehr drauf hauen nice haben wir haben wir war sagt sehr schön haben wir cool 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 dann haben wir den jetzt auch schon wo ich sagen wir gucken wir gehen zum nächsten boss und das ist maradusa oder wie er hieß das eine hülle sehr schön jeden haben war schon mal das ist sehr erfreulich ja bevor wir zu dem boss gehen würde ich mal ganz ganz schnell den schnell teleport reiseport da oben der da oben ist freischalten wo ist denn der war der da oben ich glaube er war da oben oder der müsste da oben sein und wo stimmt da kann ich noch mal gucken ob wir läppeln können in der fangen geschicklichkeit ob wir das hieß das klingt nach einem plan ihr mich fragt hat so viele bären ich habe so viel gesammelt wir können auch bei den tomaten ackerbau anbauen mega kannst du bitte aufhören die heute zu töten soll zu mir kommen ach so der falsche so rum dessen geht es nicht ergibt sinn so wo ist denn jetzt hier der schnellreise port den ich letztes mal anscheinend vergessen habe da moor insel kirchenruine so haben wir den auch noch wie viel fehlt uns eigentlich noch bis zum nächsten level ab wir können das einmal level 23 9 haben war so ich guck mal gleich mal ich gucke gleich mal wie viel ach so ja er gibt sind ich weiß aber nicht wie viel mir noch fehlt könnte noch jede menge sein aber es könnte auch gleich schon vorbei sein es kann auch gleich schon level 29 sein was ich sehr feiern würde guck mal mach du mal 1000 oh mein gott was hast du getan so was wäre das finde er hat irgendwie drücken naja dann haben wir noch nicht jetzt danke schlüssel die arme schaffe er rollt einfach weg so weiter geht's ich will da hoch ich will zu dem 31er boss endlich mal wo ich am anfang mega viel schiss hatte davor wahrscheinlich jetzt immer noch aber ist egal so wir wollen jetzt erstmal hoch ne wie gesagt das mache ich jetzt noch das würde ich jetzt noch machen weil ich war jetzt noch eine ganze weile weg so pals auf pals auf noch was ach guck mal da oben meine freunde die ich am anfang auch ganz gerne bei mir hatte der die dream war mit einer meiner lieblingsplatz keine ahnung warum aber ich mochte sie oder ihn oder es oder sie oder ciss ich habe keine ahnung ich war auch tatsächlich hier drin noch nicht ne also hier drin war ich auch noch nicht die presso wann lebst du eigentlich wieder was ist denn mit euch freunde giftdrüsen sehr schön ich weiß nicht für was ich das gebrauchen kann aber ich habe zumindestens so munition habe ich noch habe ich gar nicht mehr so viel muss ich mal wieder kraften ich brauche langsam schwefel aber ich weiß leider nicht ich weiß leider nicht woher ich das bekomme warten wir jetzt noch schnell ab den den tag die nacht oder die armen 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 die armen